Nee, das hat wirklich gut geklappt, das muss man sagen, die Leute haben ja da in einer Seelenruhe vor sich hin und alles, ja, und bock, bock. Überlegt und ausgeglichen balanciert. Das haben wir hier nicht bei allen Handwerkern erlebt, insofern ist das... Nee, das ist wirklich toll und da jetzt auch so mit der Funktionalität und so. So, ich wollte gerade sagen, die Tomaten mit dem Brot, das machen wir nicht. Brotwein mit Tomaten. So, jetzt haben wir noch mal die Triefe. Genau, malen, besonders malerig. Ja, und dann am Schluss steht Produktplatzierung. Ja, gut, das muss man sich die Triefe. Ja, gut.